Jetzt bist du, nimm mal mit, nimm mal mit. Alles mitnehmen, was ich so gesehen noch nicht kennen. Also, was wir hier auf dem Server noch nicht hatten. Wer geht nicht weiter? Gummibaum nehmen wir mit. Keine Ahnung. Da ich nicht weiß, welche Maschine du bauen willst oder gebaut hast, kann ich das nicht beantworten. Das war's. Andra, reiß dich immer zusammen. So kannst du hier nicht einfach hier überall irgendwo Samen reinpacken. Was sollen die Leute von dir denken? Was soll das tun? Wieso habe ich noch mal keine Schere dabei? Wo bin ich hier überhaupt? Oh, ich habe einen neuen Meteor gefunden. Äh, Meteorit meine ich. Allerdings, ich habe keinen Infini-Miner dabei. Das wird jetzt ein bisschen dauern, bis ich den hier aus dem Boden gekratzt habe. Hm, hier war ich aber schon mal, oder? Zeig dich, Karte. Wie ist denn? Hm. Wie ist denn? Wie ist denn? Wie ist denn? Wie ist denn? Hm. Also doch hier. Bei dem Grünen. Warum wird es mir doch nicht angezeigt? Gott. Aber ich war hier schon mal. Der ist nämlich ausgeplündert. Und wenn ich schon mal da war, dann ist es ja nicht mehr wichtig. Bei Himmelstein haben wir mittlerweile, ich glaube, über 200. Okay, da muss ich doch wohl wirklich andersrum latschen. Ops. Puh. Geh, Geh, Geh! Was ist zwei in einem? Was ist das hier für eine lustige Blume? Achso, ja, die wollte ich mir auch nochmal genauer anschauen. Die sollen nämlich besser sein wie die von Replied Energistics. Geh, Geh, Geh! Geh, Geh, Geh! Geh, Geh, Geh! Geh, Geh, Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Theoretisch kann man es kaputt hauen. Ähm, ich weiß jetzt gerade die aktuelle Java-Version nicht. Aber in der Regel, wenn du auf, ähm, deine Systemerstellungen gehst, müsst ihr eine, äh, Java-Panel haben. Und da musstest du dann schauen, wenn da steht. So, da hast du die Möglichkeit Updates suchen zu lassen. Das war gerade knapp. Ähm, ob dann wird dir angezeigt, ob du ein neues, ähm, ja, aber brauchst oder nicht. oder hast. Was ist das denn für ein riesiger Baum? Alter Schwede! Ein Hauch von totes Holz mitnehmen. Und dann, wenn da steht, dass das der Baum ist. der aktuellste ist, dann wird das so sein. Es ist auch die 64-Bit-Version oder die 32-Bit-Version? Großholz. Ja, das glaube ich. Du siehst doch aussah. Ich muss mich jetzt verarschen. Ah, bitte. Warum kam mit der Zeit? So, jetzt können wir noch 5 Jahre warten, bis der Baum sich vielleicht komplett aufgelöst hat. Bis dann, bis dann. Star. also wie gesagt wenn das irgendwie nicht lädt dann weiß ich auch nicht ehrlich gesagt weil du sagst du kannst es nicht mal anklicken dann ich habe keine ahnung ehrlich gesagt was das was du da für ein problem hast mit deinem live in der woods ja 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 Was treibt ihr da? Ich sehe euch genau. Ich sehe euch genau. Wenn Kinder sagen, sie sind brave Kinder, dann kannst du sicher sein, dass sie es nicht sind. Ich werde jetzt mal kurz ein Equalming gehen. Wir sehen uns nachher wieder. Bis gleich.